Also ich guck mir jetzt erst mal die Toilette an. Ja, das musst du sehen. Das Standardmaß ist eigentlich viel zu tief. Gerade für ältere Menschen kommen ja schwer hoch. Ich meine, ich komme hoch, ja. Aber eigentlich gibt es auch Toiletten, die sind höher, aber die wären dann eigentlich, alter sie recht, rückenfreundlich.